hallo und herzlich willkommen zurück zur 40 folge mit lorio was wird sich schon das ist das ist schon die folge 40 klingt jetzt blöd ist aber so ist gerade aufgefallen dass hier die kohle hier oben gar nicht mehr zu dir dahin läuft oder die hier nahm ja das ist ja nur für die züge und die züge habe ich gerade eh aus die frage nicht ja dann kann ich so weil ich mich jetzt möchte dass erst mal das ganze erz von oben abtransportiert wird das wir dieses verdammte scherzfeld auch bekam dass wir da die mauer hinsetzen können aber strom hat jetzt wieder alles soweit ich das hier im großen ganzen sehe ja und dann komme ich erstmal hoch und der plastik jetzt bin ich eingefahren so fährt der öl komplett auch nicht mehr oder was doch flüssig ist doch doch alles gut aber ich brauche mich dass ich ich muss nämlich vielleicht kann man das ein und ich war haben wir sowas schon gut also das passt dann brauche ich jetzt was kommt denn hier oben eigentlich hoch munition ach so ja die läuft hier gar nicht mehr rund okay doch theoretisch soll es wieder rund laufen nee dann haben sie ja noch irgendwo mehr kaputt gemacht ja dann ich prüfe das jetzt ab und dann sehen wir es ja aber hier kommt auch keine kohle mehr an also die unten läuft tatsächlich nicht mehr rum dann müssen wir kohle habe ich wieder angeschlossen da kommt ja unten keine kohle mehr an ja genau also hier unten an der produktion kommt keine kohle mehr an ja das ist jetzt natürlich eher super mal warum kommt da keine kohle mehr an was wollen weil unten die kohlenförderer wahrscheinlich kaputt gemacht worden sind das kann durchaus sein ja dann gehe ich da mal durch ausgucken auto wieder oben stehen lassen so ich brauche jetzt einen filternen stapel da vielleicht noch zwei ach da ist kein strom also das hauptprobleme wirklich strom also ich habe gerade gelbe motoren abgeholt alles voll wo sind sie wieder durchgekommen hinten an der ecke auch gleich feierabend hier so mach da mal ein bisschen mehr und dann stelle ich jetzt irgendwo hier noch zwei dinger hin was denn doch roboter so und das jetzt hier noch mal das und das raus und gibst mir bitte so und wenn man es jetzt als aller allererstes dann kümmert man dass die munition wieder läuft zwei stahlkisten und daraus gut passt wenn ich läuft haben wir nämlich ein das wird schwierig es wird schwierig ich weiß schon gar nicht mehr was wir hier unten mal irgendwann irgendwie gebaut haben ja es wird es wird schwierig das muss wieder und dass ich oben die hauptmauer zumindest weil die baue ich jetzt relativ schnell nach hier unten läuft ja wieder alles perfekt noch einer also teiler fließt man das da und hier warum läuft das in die richtung so und du jetzt hier bitte abgeknapselt wir haben das ganze band hier ablaufen was wie wann wo gemacht ziel nicht reichbar ziel nicht reichbar ziel nicht reichbar haben sie die schienen kaputt gemacht das müssen wir auch nochmal abkontrollieren jetzt hier erstmal nix auf den ersten blick wird aber durchaus sein gut dann das 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 ich hoffe es ich hoffe es ich hoffe es ist auch schon leer habe ich habe ich nicht verdammt ich brauche einen roten ich bin hier nur am durch die gegend rennen das ist der wahnsinn ich glaube ich werde die nach kleinen meter bezahlt wir haben so ordentlich eckchen gemacht hier unten bei der munitions ändern naja ich weiß aber ich bin jetzt alles einmal gleich abgelaufen dann sollte das wieder funktionen aber wieder so mittendrin ist so 1 2 kaputt da kommt die munition weg so ok also in schmelzen cluster nein verdammter scheiß ok was hast du kaputt gemacht so da läuft der da wieder runter da ist er angeschlossen ich war so voreilig verdammt ok dann halt nochmal hin hoch das ding ist überflüssig können wir weg machen sollte eigentlich noch alles heile sein im idealfall so los so dann bringt das mal wieder runter dankeschön verdammt ich weiß übrigens warum den kopf haben wir durchrutscht ne warum da bild ich mir ne das war nur eine ausschuldigung gut ok so dann jetzt neuer da ist noch ein platz in den trotz obwohl da ist noch ein massig platz so wird jetzt los hier mal die blaupause machen da haben wir schon die ein oder andere die ein oder andere die hause haben wir schon verloren frage so ich zeig mal her dafür fehlt Eisen das geht mir um nicht schnell genug eine Lampe was brauchen wir dafür weil ja aber eine lampe ja ok mehr eisen da muss noch eine hin ok perfekt jetzt ist es wieder blau pausier einfach mal rüber 75 eine haben wir schon perfekt ja passt für kopf guck mal hier vorne haben wir gar nicht hier vorne sind zwei kisten die mit kupfer und dings ja muss nicht mal übers band laufen aber es kommt schon wieder kein eisen an jetzt ich werde wahnsinnig hier ich auch schon seit vier folgen oder aber eisen habe ich genug dabei da schmeiße ich mal ein bisschen was rein da ja das muss ja trotzdem ankommen so jetzt baue ich mir nämlich noch mal zwei hangar dann jetzt mein logistiksystem sind roboter schon wieder im baujahr ne ja ja ich habe jetzt mal kurz ausgemacht ach so legen legt da nicht mein hangar rein nein dann erstmal nicht gerade ok nein hier schon wieder kupferplatten ich werde wahnsinnig ich habe doch da jetzt extra einen greifarm hingemacht der kupfer rausnehmen soll da da oben überhaupt los da fehlt auch noch einer der ist kaputt gewesen ach zuerst irgendwo hängt ein so eisen kommt wieder an und dann brauche ich jetzt ach warte mal ich kann jetzt ja diese hangar hier abbauen den da den da ich hatte auch mal nintendos heute wann vor drei tagen hatte ich sie noch seitdem du eine frau hast hast du nichts mehr ich darf mal was du sagen habe ich weibliche zuschauen das weiß ich nicht das heißt das ding müsste theoretisch dorthin ich hinsetzen immer mal wieder so zwischendurch so eine kleine gelbe kiste da hinsetzen also viel kupfer ist hier unten aber auch nicht mehr zu erwarten zum glück zum glück das sind die beiden sind auch schon ne einer da ist leer der andere hat noch 140 ich verstehe auch nicht ich baue meinen kupfer ach so ja da ist ja vorhin kein strom dabei ist wahrscheinlich ein haufen kupfer durchgerutscht das kann durchaus sein so 1 2 3 bis hier das dauert noch ein bisschen aber überlegen ob ich nicht einfach passt so nach da das ist jetzt da geschieht irgendwo nach ja da steht ein auto da kommt jemand plane dann ist das hier wahrscheinlich deins ah ja da ist meins alles weg machen was das da machen wir hier mal über ein paar blaue forschungs dinge rein und können die nämlich dann müssen weiter forschen aber natürlich nicht machen müssen hallo jetzt will ich nicht mit mir anlegen das ist mein tausend hier bist du noch also das ist die alte stromanlage meine so dass ich gerade hier so ein bisschen ja ja ich habe den arbeitsprogramm geschickt was erledigen hier die jungs haben nichts zu tun sonst jetzt muss ich wo wollte ich hin ok hier bei wenigsten ist das auto repariert solange wir die autos im abdeckbereich parken machen die das ja auch dann muss der hangar steht auch schon sehr schön so strom haben wir hier oben noch nicht warum haben wir hier keinen strom jetzt muss ich da noch munition ranlegen und dann läuft dort hier was machst du denn da so ich baue eine stufe nach oben dann kann ich nämlich um die eisenfelder umgehen ok ich habe die eisenfelder schon so eingestellt dass die ja ich habe schon gesehen aber dann können wir das obere eisenfeld auch noch mitnehmen verstehst du was ich meine ja so den blauen komm mal hierher ja genau komm zu papi machen wir auch noch platt dann haben wir hier oben nämlich jetzt auch ruhe kann ich jetzt ganz gemütlich rüber ziehen auf der höhe und hab dann quasi von nachher die nächste höhe wo wir nochmal wieder das lager vergrößern können das wissen was die jetzt kaputt machen ist mir auch egal einmal darüber runter machen hoch oh da steht ein blauer mit drin sehr schön und meine mgs machen das wir grüßen dich gut so batterien brauchen wir gerade nicht das brauchen wir gerade auch nicht paar roboter hast du schon wieder um die hälfte dezimiert echt so viele ja 200 stück weg ja weg komm her ja tatsächlich so viele haben wir jetzt ja aber davon haben wir nachher das problem beseitigt also kannst jetzt sehen wie du willst ah da jetzt müsste ich hier jetzt muss ich die dings noch mal neu planen ja das heißt ich müsste eigentlich erst mal zu sehen dass ich die gleise verleger nur wohin ja das war meine nächste folge dann und das braucht sie noch einen kleinen augenblick bis das hier gelaufen ist so ein zwei folgen kümmern wir uns noch mal drum schnell um die wissenschaftspakete ja wenn jetzt hier oben das passt doch perfekt nur noch bleibfließbänder bringen noch ein bisschen abkürzen hier können wir nicht das war mal wäre jetzt quatsch so kleine moment kleinen moment noch ja ich fühle gerade noch mal schnell die wissenschaftspakete auch genau kommt zu mir da haben wir jetzt noch 220 das geht ja es ist ja okay die kriegen jetzt natürlich da wieder schräge über dorf rüber deswegen ist das nämlich aber das ist nur ein häuschen das machen wir so das heißt dann müsste die effektübertragung schon drin sein und die braucht elektronische erweiterte stahlträger kupferkabel kupfer elektronische schaltkreise brauche ich das brauche ich das brauche ich das brauche ich ja kriege ich hier in dem stammpunkt alles auf einmal noch ein faktes fließband selbe kiste da hinten mal abreißen wird das eine haus darüber weil das kann ich eigentlich wollen wir das eigentlich schon ins schluss machen wahrscheinlich ja gleich gleich sind wir uns einig zwei minuten habe ich noch dann klingelt das telefon ja komm ich kriege ich alleine hin das dorf hier ran das weg ist dann haben wir unsere ruhe 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 jawohl wunderbar weil es das große dorf hier oben macht uns jetzt ärger okay okay ernsthaft reicht das nicht für die effektübertragung was du da unten gebaut hast oder was ja ich habe hier ein paar dinger ein paar blaue fläschchen so per hand hergestellt aber sie ist ja oben an der forschung ich habe eigentlich gedacht es reicht ach so das meint es reicht nicht das heißt ich muss jetzt ist die ecke auch fertig ich muss noch mal kurz zurück und muss noch mal ein paar rein werfen hier abgepasst ok wunderbar pfeffer ist wieder im geschäft weit weg machen gut erweiterte scheldkreise massenhaft und ja den ganzen roten bereich werken wir so ein bisschen vorspann haben damit wir sehen was wir da machen und vor allem die gelbe kiste da hinten weg machen ja schreibt das auf oder macht es jetzt ganz ganz schnell weil ich muss ich bin nicht gerade auf dem weg und dann das ist ja auch gar nicht so weit fliegen sie in eine andere richtung sehe ich sehr schön lauf forest lauf ich muss den roten schildkreisen damit ich so muss ich doch hier nicht was ich gemacht habe heißen mich jetzt vorerst so da schildkreise 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 effekt übertragung speed module ok von euch aus bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss tschüss